Guten Tag, mein Name ist Karl Schnögl. Ich bin Geschäftsführer des Marketingvereins der Kärntner Raiffeisenbanken und der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Die Nähe und die partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden ist seit jeher eine der größten Stärken von Raiffeisen. Wer als Bank seinen Kunden nahe sein will, muss dort sein, wo die Menschen sich mit Bankthemen auseinandersetzen. Daher suchen wir den direkten Kontakt und den offenen Dialog mit unseren Kunden nun auch via Facebook und möchten so mit MeineBank noch mehr Kundennähe schaffen. Sie möchten uns auf Facebook erreichen? Suchen vertrauenswürdige Ansprechpartner in Bankthemen? Möchten sich ganzheitlich informieren und Meinungen austauschen? Auf MeineBank erfolgt Kommunikation auf Augenhöhe. Und das alles in einem Umfeld, in dem Sie sich wohlfühlen. Wer, was, wann, wo informieren Sie sich über die Veranstaltungen und Termine der Kärntner Raiffeisenbanken. Halten Sie sich am Laufenden über unsere Finanzprodukte. Vielleicht möchten Sie ja selbst Teil von Raiffeisen werden. Es gibt auch immer wieder attraktive Preise zu gewinnen und Sie können ganz einfach mit uns in Verbindung treten. Klicken Sie rein auf www.facebook.com.rb-meine-Bank